Ich lerne Deutsch. Nummer 3869 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kreativität steigert die Produktivität. Kreativität steigert die Produktivität. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Umzug ist unter Dach und Fach. Es dauert noch etwas, bis ich bei dir bin. Der Bus ist nicht gekommen. Ich warte jetzt auf ein Taxi. Es dauert noch etwas, bis ich bei dir bin. Der Bus ist nicht gekommen. Ich warte jetzt auf ein Taxi. Der Vater zeigt seinem Sohn, wie die Gebärdensprache funktioniert. Der Vater zeigt seinem Sohn, wie die Gebärdensprache funktioniert. Ein Boot ist eine hervorragende Möglichkeit zur Flucht aus dem Alltagsstress und zur Entspannung. Ich will ihm meine Liebe zeigen. Ist das der richtige Weg? Mein Hund und ich tragen Kleidung in der gleichen Farbe. Mein Hund und ich tragen Kleidung in der gleichen Farbe. Ich bin Aktienhändler und arbeite Tag und Nacht, ob London, New York oder Tokio. Alle großen Börsenplätze sind für mich interessant. Ich bin Aktienhändler und arbeite Tag und Nacht, ob London, New York oder Tokio. Alle großen Börsenplätze sind für mich interessant. Ich möchte lernen, wie man sich rasiert. Das ist mein neuer Gymnastikball. Das ist mein neuer Gymnastikball. Das ist mein neuer Gymnastikball. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Online Shopping ist bequem, weil man überall und jederzeit einkaufen kann, ohne sich an Öffnungszeiten halten zu müssen. Online Shopping ist bequem, weil man überall und jederzeit einkaufen kann, ohne sich an Öffnungszeiten halten zu müssen. Ich kann Martin nicht mehr vertrauen. Er hat Geheimnisse vor mir. Ich kann Martin nicht mehr vertrauen. Er hat Geheimnisse vor mir. Ich habe diesen Lachs gefangen. Er ist zu groß für unseren Gefrierschrank. Ich habe diesen Lachs gefangen. Er ist zu groß für unseren Gefrierschrank. So sieht ein moderner Intercity im Kinderzimmer aus. So sieht ein moderner Intercity im Kinderzimmer aus. Ich habe es im Lehrbuch gelesen, aber ich verstehe es nicht. Wer kann mir helfen? Um meine Zähne langfristig zu erhalten, putze ich sie mehrmals täglich. Um meine Zähne langfristig zu erhalten, putze ich sie mehrmals täglich. Mein Zahnarzt wird zufrieden sein. Schwarze und grüne Oliven sind in einer braunen Schüssel. Ich erzähle dir eine Geschichte, die dir bestimmt gefällt. Willst du sie hören? Ich erzähle dir eine Geschichte, die dir bestimmt gefällt. Willst du sie hören? Ich erzähle dir eine Geschichte, die dir bestimmt gefällt. Willst du sie hören? Ich überprüfe einmal am Tag den Aktienkurs in meinem Depot. Ich überprüfe einmal am Tag den Aktienkurs in meinem Depot. Ich kann das Buch nur empfehlen. Es beschreibt den Weg vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich kann das Buch nur empfehlen. Es beschreibt den Weg vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich kann das Buch nur empfehlen. Es beschreibt den Weg vom Tellerwäscher zum Millionär. Brombeeren passen sehr gut zu Gewürzen wie Vanille oder Zimt und sind köstlich in Kombination mit Äpfeln, Birnen, Himbeeren, Nektarinen oder Pfirsichen. Brombeeren passen sehr gut zu Gewürzen wie Vanille oder Zimt und sind köstlich in Kombination mit Äpfeln, Birnen, Himbeeren, Nektarinen oder Pfirsichen. Ich will kurz skizzieren, was ich meine. Das hilft beim Verständnis. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.